Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken und ein Like da zu lassen, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr mir schon länger folgt, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig. Ich möchte euch jetzt den ersten Teil einer Reihe, die ich für mich entwickelt habe, vorstellen. Und zwar meinen Anti-Stress-Kleiderkasten. Ich werde euch Stück für Stück mitnehmen und erklären, wie mein Kleiderkasten mich im Alltag runterholt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um nicht den Stress zu haben, mir jeden Tag überlegen zu müssen, was ich denn heute anziehe, habe ich für verschiedene Situationen unterschiedliche Outfits vorgefertigt. Und nach welchen Kriterien ich diese Outfits erstelle, zeige ich euch demnächst. »Khans, man words the eli!」 »Khans, man » »U » Vielen Dank.